Musik Burg Hornberg im Neckartal Einst die Heimat des berühmten Ritters Götz von Berlichingen. Seit zwölf Generationen ist sie in Besitz der Familie von Gemmingen-Hornberg. Heute leben hier Dayo, Freiherr von Gemmingen-Hornberg, seine Frau Daniela und die beiden Kinder Paul und Marie. Eine prächtige Burganlage auf einem Felsvorsprung hoch über Neckarzimmern. Für Touristen im Neckartal ein Muss. Burg Hornberg besteht eigentlich aus zwei Burgen, der oberen Burgruine und der älteren unteren Burg, die heute privat genutzt wird. Im ersten und zweiten Stock wohnen Dayo und Daniela von Gemmingen mit ihren Kindern. Das große Erbe der Familie von Gemmingen-Hornberg teilen sich diese drei Männer. Markus von Gemmingen ist Darios Cousin und betreibt das Hotel-Restaurant mit 31 Zimmern, mehreren Veranstaltungsräumen und einer großen Panorama-Terrasse. Einen wunderschönen guten Abend. Eine große Freude, Sie wiederzusehen. Gero von Gemmingen, Darios Bruder, bewirtschaftet die Wälder der Familie in der Umgebung. Und schließlich Dayo, Freiherr von Gemmingen-Hornberg. Er hat den vielleicht schwierigsten Teil des Erbes angetreten, die mittelalterliche Burg, auf der Götz von Berlichingen einst zu Hause war. Die gewaltige Anlage aus dem 11. Jahrhundert ist ein Besuchermagnet im Neckartal und gleichzeitig eine Herkulesaufgabe für den Burgherrn und seine Familie. Trotz aller Schwierigkeiten, ans Aufgeben hat er nie gedacht. So etwas zu verkaufen, kommt für mich jetzt nicht in Frage, weil wir seit zwölf Generationen hier auf der Burg sitzen. Und ich könnte mich nicht damit wohlfühlen, wenn es mit meiner Generation enden würde. Man versucht es zu erhalten. Ich habe einen Sohn, der das weiter betreiben kann. Und so ist auch in der Familientradition das eigentlich gewünscht und vorgesehen. Und da stehe ich auch dahinter, dass man es im Eigentum behält. Wir standen ja eigentlich vor zehn Jahren, kann man sagen, vor dem Problem, dass wieder mal ein Mauereinbruch geschehen ist. Und da war ich sehr verzweifelt natürlich, weil das war jetzt schon der dritte Mauereinbruch, den ich selbst erlebt habe. Und wenn man dann da hochkommt, dann zittern einem die Knie. Dann hat man wirklich ein Problem, weil erst mal das zu reparieren, ist ein Aufwand, den man selbst gar nicht leisten kann. Da braucht man ja dann auch wieder Anträge und Zuschussmittel. Es darf nicht sein, dass man hier immer repariert. Man muss jetzt mal eine umfangreiche Sanierung durchführen. Ein Mammutprojekt. Zwei Jahre Vorbereitungszeit. Zehn Jahre Sanierungsarbeiten. Die Burg des Götz von Berlichingen verschwand hinter Gerüsten, Baustaub und Maschinenlärm. Also auf der Burg oben haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren 60 Baustellen gehabt. Das waren alles einzelne Bauabschnitte, in denen Mauerabschnitte, Türme neu eingedeckt wurden, Mauerabschnitte saniert werden. Also die ganzen Fugen wurden ausgeräumt, gestrahlt, wieder mit Druckverfahren dann praktisch wieder verfugt und alles. Also die Mauern sind jetzt alle so sicher. Auch das Efeu muss natürlich entfernt werden vielerorts, weil das sieht zwar schön aus, aber da wo Efeu wächst, werden die Mauern regelrecht gesprengt und da ist jederzeit Gefahr, dass da Steine rausbrechen. Also eine Mauer, wo Efeu dran wächst, sollte man sich nicht unbedingt unten hinsetzen. Zwei Millionen Gesamtkosten. Die öffentlichen Zuschüsse waren vergleichsweise hoch, denn Burg Hornberg hat einen Sonderstatus. Sie ist Denkmal nationaler Bedeutung. Trotzdem musste Dayo von Gemmingen über 200.000 Euro aus eigener Tasche zuzahlen. Und er hatte auch erhebliche Einnahmeverluste über die gesamte Bauzeit zu verkraften. Die Burg war für Touristen in dieser Zeit nur wenig attraktiv. Das Geld hatte ich nicht, also das war jetzt auch ganz schwierig. Und ich habe dann eben Kredite auch aufgenommen. Ich habe eh schon Kredite gehabt. Ich habe schon eine Vorbelastung gehabt und ich habe dann aber auch Verkäufe, Privatverkäufe etwas gemacht und habe natürlich über die Zeit keine neuen Kredite aufnehmen können. Und habe dann teilweise Überziehungen gehabt vom Konto. Und dann hat mir auch unser Landwirtschaftspächter Geld geliehen. Ich habe privat auch Geld leihen müssen. Meine Frau hat mir auch Geld geliehen. Und jetzt, nachdem die letzten Zuschussmittel gezahlt wurden oder wir jetzt auch wieder gute Umsätze haben, bekommt sie das Geld auch peu a peu wieder zurück. Ja, es ist so. Ich hatte ja keine Wahl. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich mache da nicht mit oder irgendwas, weil sonst hätte ich die ganze Burg natürlich selbstverständlich abgeben müssen. Daio war viel angespannter als heute. Und teilweise die finanzielle Situation war ja auch schwierig, teilweise ungeklärt. Hat er dann alles wirklich mit eigenen Überlegungen, das meinte ich vorhin auch, dass er im finanziellen Dingen irgendwie immer gute Lösungswege findet. Und das hat er auch geschafft. In der Zeit, das war sicherlich für ihn vor allem sehr anstrengend. Und ich habe das ja auch gewisserweise einschätzen können, was das bedeutet und haben die Zeit auch schön rumgekriegt jetzt. Die größte Burg am Neckar, die sich in privater Hand befindet, zeigt sich jetzt wieder in neuer Pracht. Aber bei Eintrittsgeldern von 5 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder wird sie ihren Besitzer wohl niemals reich machen können. Also da kann man Millionen reinstecken, die ist immer ein Euro wert, eine Ruine. Eine Burgruine hat keinen steigenden Wert, weil sie ist ja als Ruine geschützt. Sie darf nicht wieder aufgebaut werden. Also für die Ruine würde ich jetzt wahrscheinlich keinen Käufer so einfach finden. Der würde niemand für einen Euro nehmen. Der Staat würde sie eventuell nehmen, weiß ich aber nicht. Steht ja nicht zur Diskussion. Die untere Burg hat nicht nur einen historischen Wert. Sie dient der Familie von Gemmingen seit den 30er Jahren als Wohngebäude. Zuvor hat die Burg 300 Jahre ohne Dach weitgehend schadlos überstanden. Die bis zu drei Meter dicken Mauern boten früher Schutz gegen den Feind. Dann trotzten sie über Jahrhunderte dem Verfall. Heute schützen sie im Sommer gegen Hitze und im Winter gegen Kälte. Also die Haltungsaufwendungen sind hier vergleichsweise sehr niedrig. Was natürlich gemacht werden muss jetzt, ist die Dachrinne muss jetzt mal neu gemacht werden. Das Dach muss natürlich alle 200 Jahre vielleicht neu eingedeckt werden. Aber sonst die Mauern, die sind extrem stabil und mal Fenster müssen getauscht werden. Aber es ist sehr, sehr pflegeleicht. Angesichts des uralten Gebäudes ist Gelassenheit gefragt. Der Atem der Geschichte weht durch die Räume. Und hinter den Mauern lauern Geheimnisse. Ja, also hier stehen wir an der Angriffsseite, die drei Meter dicke Mauer mit den Buckelquadern auch drin. Das ist ja 900 Jahre alte Bausubstanz. Und da sind also zwei Gewölbe übereinander. Und da wird der erste Stock ausgelassen. Und über dem Gewölbe ist praktisch ein versteckter Hohlraum. Also in diesem versteckten Hohlraum, da konnte man zum Beispiel im Krieg dann auch mal Silber verstecken. Also das ist dann erhalten geblieben. Und ich werde ja oft auch nach Geheimgängen gefragt. Und das wäre jetzt zum Beispiel so eigentlich ein geheimer, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so ein geheimer Platz. Aber es gibt bei uns mehrere Geheimgänge. Und wenn ich gefragt werde, dann sage ich, kann ich leider nicht sagen, weil sonst ist ja kein Geheimgang mehr. Der geheime Geheimgang hat auch einen geheimen Zugang von innen. Hier war früher ein Speisenaufzug in Betrieb. Paul, Essen kommen. Mittagessen ist fertig. Sie leben zwar in einer ganz besonderen Burg, aber Daniela, Dayo, Paul und Marie von Gemmingen führen ein ganz normales Familienleben. Beide Elternteile arbeiten und zweimal die Woche steht ihnen eine Haushaltshilfe zur Seite, um sie zu entlasten. Die Kinder nennen sie liebevoll Oma Lenert. Sie ist schon lange Teil der Familie. Paul und Marie helfen und arbeiten mit, wo sie können. Sie haben ihre Aufgaben, Marie Geschirrspiele ausräumen und der Paul, der muss natürlich im Garten das Rasen mähen. Da muss er gucken, arbeiten, die ein bisschen mehr körperlich sind oder in die Garage gehen. Das sind seine Aufgaben, Marie ein bisschen mehr im Haushalt. Marie ist drei Jahre jünger als Paul. Ein Altersunterschied, der gerade in jungen Jahren schwierig sein kann. Die haben sich witzigerweise von Anfang an verstanden. Paul fand das ganz klasse, so eine kleine Schwester zu haben. Hat sie mit seinen Schleichrittern, als sie dann auf dem Sofa lag, um so richtig um sie rumdrapiert. Und hat gesagt, ich beschütze meine kleine Schwester. Und die haben von Anfang an irgendwie ein Draht zueinander gehabt. Erstaunlich. Ich finde, mit ihr ist nie langweilig. Also man kann mit ihr reden, bis zum Geht nicht mehr. Und ich vertraue ihr auch alles an. Auch heute ist der Marie wichtig, was der Paul zu irgendwas meint. Und umgekehrt das Gleiche. Wenn er irgendein Outfit hat oder sich gestylt hat, ist es die Marie, die fragt, wie sie es findet. Und wenn sie nur so ein bisschen, naja, dann ist schon alles schräg. Da kann ich dann zu ihm sagen, was ich will. Das zählt nicht. Also die zwei sind schon miteinander. Also wir haben eine ausgeprägte Kommunikation. Und Paul versteht sich auch sehr gut mit dem Dayo. Genauso wie mit mir. Dayo ist natürlich für andere Bereiche zuständig als ich. Und auch mit der Marie verstehe ich mich ja vor Ort. Und sie sagt sogar manchmal, dass ich das so schön finde, dass ich wie eine Freundin zu ihr bin. Die Eintrittsgelder der geschichtsträchtigen Oberen Burg reichen bei weitem nicht für den Lebensunterhalt der Familie. Zum Glück gibt es weitere Einnahmequellen. Im Shop auf dem Burghof werden auch Souvenirs verkauft. Alles, was der kleine oder große Ritter so braucht. Und natürlich der Wein. Er wird seit Generationen an den Steilhängen des Burgberges angebaut und genießt einen großen Ruf. Das kleine Burgmuseum ist in den hinteren Räumen untergebracht. Im Shop arbeitet auch Verwandtschaft, Dayos Schwester etwa oder auch Danielas Neffe. Die wichtigste Einnahmequelle der Familie von Gemmingen aber sind Pachteinnahmen aus den Liegenschaften der Familie in der Umgebung. Die Verwaltung des Betriebes ein Fulltime-Job. Dank unterschiedlicher Talente ergänzen sich Daniela und Dayo von Gemmingen hervorragend. Ganz einfach denke ich, dass die Strukturiertheit bei mir da einfach sehr ausgeprägt ist und ich sehr gern und leicht kann, organisiere ich so das ganze Berufliche außenrum bei uns. Ja, Termine, Buchhaltung. Und Dayo hat sicherlich das große Talent vertraglicherseits. Also er kann juristische Schreiben perfekt interpretieren und auch auslegen. Er verhandelt sehr gut in Vermietungen oder auch in irgendwelchen Arbeiten anstehenden mit Handwerkern und vertraglicherseits eben. Also was ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht so gern mache, sind so Personaldinge, Einteilung. Wer macht jetzt den Weinverkauf? Und auch die Termine, dass die richtig alle. Ich muss mir alles in mein Handy eintippen, um dann von meinem Handy erinnert zu werden. Sie hat das alles im Grunde genommen im Kopf und kann sich das alles merken. Also er hat auch so gern das laissez-faire und ist nicht so. Ich bin pünktlich, ich lege Wert darauf, dass in bestimmten Zeiteinheiten bestimmte Sachen passiert sind. Und ja, er wäre dann ein bisschen unstrukturierter, ganz definitiv. Auf dem Schreibtisch würde es auch anders aussehen. Bei den Führungen und bei den Weinproben, die mache eigentlich ich dann eher. Aber mir wäre auch ganz recht, wenn sie da auch mal mehr mitmachen würde. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, wenn die Büroarbeit nicht so ganz bei mir hängen bleibt. Eine der Liegenschaften ist ein Grundstück direkt am Neckar in Gundelsheim, in Sichtweite von Burghornberg. Dayo und Daniela von Gemmingen treffen sich mit dem neuen Pächter. Lange Zeit wurde hier ein Campingplatz betrieben, aber es gab Schwierigkeiten. Mit Verpachten vom Campingplatz habe ich das Problem gehabt, dass nicht der Pächter die Wasserkosten berechnet bekam, sondern ich dann persönlich. Und dann wurde das nicht gezahlt in manchen Fällen so richtig. Und dann habe ich da also eigentlich sogar draufgelegt teilweise. Also das Campingplatz muss man eigentlich selbst betreiben. Und wenn man ihn verpachtet, ist es auch schwierig. Und an dem Platz hier direkt mitten in Gundelsheim, im Prinzip direkt am Neckar, da hätte man die besten Möglichkeiten, Märkte zu machen. Ein guter Plan, aber die behördlichen Hürden sind hoch. Es wird noch dauern, bis hier der erste Markt stattfinden wird. Direkt an der Bundesstraße liegt auch das Schloss Neckar-Zimmern. Ein Teil des Schlosses ist in den 30er Jahren an die Gemeinde verkauft worden, ist heute Rathaus. Der andere Teil gehört zum Erbe Dayos und wird gerade aufwendig renoviert. Hier sollen Mietwohnungen entstehen. Jetzt müssen halt die Ritzen in den Sandsteinfugen gehen. Und den willst du erhalten, den Boden, gell? Ja, ja, das ist natürlich schön. Und mit den Fenstern habt ihr euch da schon geeinigt? Noch nicht, das müssen wir erst noch mal schauen. Dann müssen sie auf jeden Fall auch neu gemacht werden. Siehst du, das ist einfach verglaste Fenster. Also ich habe hier ein paar Jahre auch gewohnt und gerade in der Zeit, wo Daniela und ich uns näher gekommen sind, da habe ich sie zum Spargelessen eingeladen und dann haben wir hier Spargel gegessen und sind dann anschließend noch am Neckar spazieren gegangen, haben ein bisschen Wein auch probiert und so am Neckar spazieren gegangen. Das war eigentlich, da war der Moment dann, wo wir uns dann eigentlich näher gekommen sind. Ja, mit den besten Weinen gepräsentiert und kredenzt. Ja. Damals war Dayo von Gemmingen Patient bei seiner Frau. Sie war Zahnärztin, meine Zahnärztin. Und da hat man ja schon mal einen gewissen Vertrauensvorschuss. Also wenn man jetzt von einer Frau behandelt wird und so, dann hat man das ja schon ein gewisses Vertrauensverhältnis. Und da hat sich sehr schnell, also auch eine Verliebtheit, also ich habe mich in sie verliebt. Und in der Situation ist es dann auch sehr schnell gegangen, dass wir zusammengekommen sind. Und dann haben wir sehr viel Zeit immer zusammen verbracht. Und jetzt war es eben auch, also wir sind es gerne zusammen und sie hat jetzt auch ihre Praxis vor ein paar Jahren verkauft. Und jetzt können wir das alles auch gemeinsam hier machen. Und seitdem helfe ich ihm dabei. Ich bin ja zweimal in der Woche noch in der Praxis bei meinem Freund und Kollegen, die wir, wir kennen uns schon seit den Studienzeiten, haben zusammen in einer Examsgruppe Examen gemacht über ein halbes Jahr. Und da kann ich zweieinhalb Tage jeweils so etwa drei Stunden bis vier Stunden mitarbeiten. Ja, und so kann ich den Beruf doch noch weiterführen. Teilweise auch schön die eigene Familie behandeln zu können. Daniela hat in eines der größten und am weitesten verzweigten deutschen Adelsgeschlechter eingeheiratet. Das hat für mich eigentlich nicht wirklich viel bedeutet oder Veränderungen hervorgerufen. Und das, Dayu hat es auch so, er hat nicht diesen Standesdünkel, würde ich jetzt mal sagen. Er hat so eine natürliche Art und Weise, adlich zu sein. Und entsprechend habe ich das auch empfunden und aufgenommen. Auch sein Vater hat mich sehr begrüßt, als ich aufgetaucht bin. Also war ganz, ganz glücklich, dass er so eine Frau gefunden hat. Und es war alles irgendwie offen und ja, positiv, würde ich sagen. Und meine Geschwister fanden das toll, weil die Burg Hornberg, die kannten sie auch. Und dass ich nicht so weit weg bin und alle meine Geschwister haben mich schon häufig hier besucht. Also die genießen das auch, ja. Daniela von Gemmingen entstammt selbst einer bemerkenswerten Familie. Die Pastorentochter hat neun Geschwister. Ihre Schwester Angelika hat wiederum elf Kinder. Die beiden Familien sehen sich regelmäßig, fahren seit vielen Jahren zusammen in Urlaub. Man trifft sich in Eppingen oder auf der Burg. Für Dayo von Gemmingen ist es eher ungewohnt, aber... Er liebt es, also er hat es sehr, sehr gern. Wenn es heißt, ich komme wieder welche, ja, es kann ihm nicht genug sein. Er hat es sehr gern. Ich glaube, er hätte es auch gern gehabt als Kind. So viel Familienleben, so viel Wiedeinander, laut, trubelig. Burg Hornberg ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Nicht zuletzt, weil sie fest mit dem Namen Götz von Berlichingen verbunden ist. Der hat sich seinen persönlichen Traum erfüllt, denn schon als Kind war er von der Burg fasziniert. 1517 kauft er sie von der Familie Schott von Schottenstein für 6500 Gulden. Der Kaufbrief ist bis heute erhalten. Der Götz, der ist ja für die damalige Zeit so alt geworden, wie kaum jemand das Alter erreicht hat, 82 Jahre. Und hat mit 37 Jahren die Burg Hornberg gekauft. Und hat dann ja noch 45 Jahre, also die längste Zeit seines Lebens, die Burg hier besessen. Und da auch sehr viel Zeit verbracht. Und er war ja zuteil auch sogar hier Gefangener auf der eigenen Burg, in einem Unterreichsacht gestanden, elf Jahre lang. Der Enkel und Erbe des berühmten Ritters gerät in finanzielle Schwierigkeiten und muss die Burg verkaufen. Reinhard von Gemmingen, genannt Reinhard der Gelehrte, erwirbt im Jahre 1612 die Burg und weitere Liegenschaften in der Umgebung für 50.000 Gulden. Er begründet damit die Linie und den Besitz derer von Gemmingen-Hornberg. Dajos Vorfahren leben zunächst im Schloss in Neckarzimmern, ebenfalls von Reinhard dem Gelehrten erbaut. Die Burganlage wird nur als Gutshof und Schafstall genutzt. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wird die untere Burg umfassend saniert und für Wohnzwecke umgebaut. Seit Anfang der 30er Jahre dient sie der Familie als Wohngebäude. Die Burganlage wird in den folgenden Jahren Schritt für Schritt um- und ausgebaut. Die Stuben der Knechte werden zu Hotelzimmern, tragen Namen wie Kasematte, Wachstube oder Pulverkammer. Aus dem ehemaligen Schafstall wird das Panorama-Restaurant. Dajos Cousin Markus von Gemmingen hat das Hotelrestaurant geerbt. Was seine Großeltern und Eltern auf den Weg gebracht haben, führt er konsequent weiter. Und ich selber bin dann 1996 nach Hause gekommen, bin jetzt also auch schon seit über 20 Jahren hier und habe dann auch nochmal 31 Zimmer, auf 31 Zimmer erweitert und auch nochmal Veranstaltungsräume, sodass wir insgesamt auf 300 Sitzplätze kommen. Vergrößert alles. Dazu kommt eine große Panorama-Terrasse mit weitem Blick über das Neckartal. Im Sommer ein beliebtes Plätzchen. Markus, Freiherr von Gemmingen-Hornberg, ist Gastronom aus Leidenschaft. Das Faszinierende an der Gastronomie sind die Menschen. Weil man den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat, angefangen mit den Mitarbeitern, die das wichtigste Kapital für mich darstellen vom gesamten Hornberg. Alles andere sind, sag ich mal, Steine und die Gäste. Die eben auch, jeder Gast ist anders und von daher, das macht am meisten Spaß. Sein gastronomisches Konzept, ein Vier-Sterne-Hotel mit angeschlossenem Restaurant, das eine anspruchsvolle Küche bietet, die regionale und internationale Einflüsse verbindet. Die Geschichte der Burg ist in sämtlichen Räumlichkeiten des Hotelrestaurants präsent. Auch die historische Bausubstanz blieb so weit wie möglich erhalten. Eine Herausforderung für den Eigentümer. Also Disziplin ist einfach notwendig, sonst würde man auch kein Hotelrestaurant in alten historischen Mauern führen, weil der Aufwand hier natürlich immens hoch ist. Wir haben hier teilweise zwei Meter dicke Mauern. Also wenn man hier jetzt Renovierungsarbeiten stattfinden lässt mit Handwerkern, das ist so ein Aufwand vom zeitlichen Faktor als auch vom materiellen Faktor her. Da kann man da auch sehr viel leichter ein Hotelrestaurant irgendwo auf dem Feld hinbauen. Das historische Ambiente ist besonders attraktiv für Brautpaare. Hochzeitsgesellschaften sind die wichtigsten Kunden des Freiherrn. Die romantische Waldkapelle gehört ebenfalls zum Familienerbe. Sie wird gerne für die Trauung gebucht. Das ist feste Tradition. Wenn die Braut vorfährt, ist Markus von Gemmingen zur Stelle. So, herzlich willkommen. Dankeschön. So, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Trau-Gottesdienst. Das Wetter könnte nicht besser sein. Trauung in der Kapelle, Sektempfang auf der Terrasse, später ein ritterliches Festmahl, abends Tanz. Und die Hotelzimmer sind direkt nebenan. Einem Brautpaar wird hier das komplette Paket geboten. Markus von Gemmingen ist immer dabei. Hochzeiten sind eine gute und vor allen Dingen regelmäßige und zuverlässige Einkunftsquelle für das Hotelrestaurant. Wie viele gastronomische Betriebe hat es mit saisonalen Schwankungen zu kämpfen. Also im Sommer ist es so, dass wir eben da viele Hochzeiten haben. Und von daher ist da natürlich immer viel los, was auch ganz wichtig ist, weil davon leben wir. Im Winter ist bei uns recht ruhig. Das heißt, im Sommer müssen wir sozusagen die Ernte einfahren, um dann im Winter alle davon zu leben. Eins, zwei, drei! Markus von Gemmingen hat zwei Söhne. Beide sind noch jung und die Übergabe ist für die Familie aktuell noch kein Thema. Allerdings klingen die Arbeitsbedingungen auch nicht für jedermann verlockend. Also Gastronomie ist ein Fulltime-Job. Das geht morgens los bis spät, bei Hochzeiten bis nachts um drei, vier Uhr. Und die Gäste begrüße ich, wenn ich da bin, immer. Das heißt, die Gäste möchten einen auch sehen. Die Mitarbeiter, es ist auch ganz arg wichtig, sie zu begleiten. Vor allen Dingen, wenn sie auch am Wochenende arbeiten und man selber dann nicht da ist. Das funktioniert einfach nicht. Es ist ein Job rund um die Uhr. Also man ist eigentlich immer mit den Gedanken da. Und man ist auch immer einfach auch vor Ort, wenn man gebraucht wird. Rund um die Uhr. Aber wie für seinen Cousin Dayo gibt es auch für Markus keine Alternative. Naja, also erstens mal ist es so, dass wir seit 1612 hier sind. Das heißt, ich bin jetzt die zwölfte Generation. Also das ist schon eine lange, lange Kette. Und dadurch ist es auch eine gewisse Verpflichtung. Und ich vergleiche es immer gerne mit einer Perlenkette. Man muss sich vorstellen, man hat eine Perlenkette, die besteht aus zwölf Perlen. Und man selber möchte nicht die Perle an der Stelle dann stehen, wo die Perlekette reißt. Sondern man möchte versuchen, dass es in die nächsten Generationen übergeht. Ritter Götz von Berlichingen ist auf dem Hornberg allgegenwärtig. Im Hotelrestaurant der Götzenburg ist man bei Götz zu Gast und kann ein ergötzliches Rittermal zu sich nehmen. Im Götzensaal oder der Götzenstube. Und nur wenige Schritte entfernt, im Burgmuseum, steht die originale Rüstung des Götz von Berlichingen, der gar nicht so groß war, wie er heute scheint. Ja, und hier kann man jetzt auch schön sehen, die Größe von dem Götz. Der war also etwas kleiner als ich. Früher waren ja vor 500 Jahren die Menschen eher kleiner. Die waren so vielleicht 60, 70. Die Rüstung ist soweit vollständig. Nur der Helm, der fehlt. Ja, also der Helm, der hier dazu gehört, der ist mal gestohlen worden, als die Rüstung in den Besichtigungsbetrieben der oberen Burg untergebracht war. Ja, und dann hat mein Vater, das war auch so, glaube ich, in den 70er, 1970er Jahren, da hat er sich also einen Ersatzhelm anfertigen lassen, der genauso ausgesehen hat. Und als der dann viele Jahre später wieder gestohlen wurde, dann habe ich gesagt, das ganze Museum muss hier runter. In den Schafstall, wo wir ja auch unser Museum haben, wo jetzt überhaupt auch der ganze Eintrittskartenverkauf abgewickelt wird. Und jetzt auch unsere ganzen Museumsausstellungsstücke sind jetzt hier unten. Darunter befinden sich auch die historischen Waffen, die Ursache für die eiserne Hand des Ritters waren. Der war auf dem Schlachtfeld auch wieder auf dem Pferd gesessen mit Rüstung und dann hat ihn eine Kugel einer Feldschlange getroffen. Und die hat ihn dann an der rechten Hand getroffen, das Geschoss, also praktisch so ein Taubeneigroßes Geschoss. Und dann hing die Hand nur noch an einem Hautfetzen runter. Das war also, da musste die Hand verbergen und musste ganz schnell vom Schlachtfeld runter. Und die Hand war verloren. Etwa drei Kilometer von Burg Hornberg entfernt liegt der Stockbronner Hof. Wovon wir auch die Burg erhalten können, stückweit und auch unseren Familienleben und alles dann aufrechterhalten können, das ist in erster Linie mal auch der Stockbronner Hof. Das ist also ein Landgut mit Ackerfläche, 120 Hektar etwa. Und die haben wir verpachtet. Und dann haben wir eigentlich noch viele Gebäude auf dem Stockbronner Hof zu circa zwölf Gebäude. Hier werden die Weinflaschen für den Verkauf etikettiert. Wie die meisten Aufgaben im Betrieb wird auch diese Arbeit von Familienangehörigen erledigt. Paul und Marie helfen oft und gerne. Es sind noch die Restbestände aus eigenem Anbau. Dayo von Gemmingen ist studierter Önologe, also Fachmann im Bereich Weinbau. Umso schwerer hat er sich vor kurzem vom traditionellen Weinbau der Burg Hornberg getrennt. Die langen Steilhänge am Fuß der Burg können nicht mit Maschinen befahren werden. Bei gestiegenen Personalkosten sind sie unwirtschaftlich geworden. Dayo hat sie jetzt einem Pächter überlassen, kostenfrei. Lediglich für die weniger steilen Lagen kann er eine kleine Pacht nehmen. Immerhin, den berühmten Wein der Burg Hornberg gibt es weiterhin. Auf dem Stockbronner Hof leben auch Dayo von Gemmingens Mutter Marie-Therese von Wulfen und Miguel Vasquez. Ein mit ihr befreundeter Künstler. Beide genießen die Abgeschiedenheit und Ruhe, die hier selten gestört wird. Ja, ich wollte hier mit Miguel zusammen malen, das hatten wir uns ausgedacht. Und dann hat er gesagt, er kann nicht kommen, wenn ich kein Atelier habe für ihn. Weil hier diese Riesenbilder, die kann man ja nicht in ein kleines Zimmer stellen. Da muss ein Atelier her. Und dann habe ich Dayo gebeten, ob er mich das in die Scheune bauen lässt. Und er hat es erlaubt. Und dann habe ich das bauen lassen, diesen Raum hier. Und der ist ja auch schön für uns. Zwei Häuser weiter lebt und arbeitet Gero von Gemmingen, Dayos Bruder. Miguel Vasquez hat sogar ein Bild von ihm gemalt. Gero hat für mich eine Strahlung, eine gute Strahlung, eine Güte und viel Liebe und eine Einsicht über die Welt. Muss alles friedlich sein. Und das wollte ich ausdrücken, dass er da sitzt und glücklich und dass er eigentlich Mensch ist. Gero von Gemmingen hat lange in Dänemark gelebt. 2001 ist er mit seiner Familie auf den Stockbronner Hof gezogen, um die Wälder seines Vaters zu übernehmen und zu bewirtschaften. Hinter dem Haus hat die Familie einen großen Gemüsegarten angelegt. Wir sind, was das Gemüse angeht, ziemlich selbstversorgend. Also ich denke, die Leute im lokalen Supermarkt denken, oh, was essen die aber ungesund. Weil wir nie Gemüse kaufen, das haben wir reichlich selber. Wir versorgen auch unsere Nachbarschaft näher von Verwandtschaft damit. Die Selbstversorgung, die Unabhängigkeit. Das ist für Gero von Gemmingen in vielen Lebensbereichen ein großes Thema. Im Wald suche ich verschiedene Dinge oder sagen wir mal, was den Betrieb angeht. Ich habe vor sieben Jahren ein kleines winziges elektrisches Lastauto gekauft, mit dem ich eigentlich alles mache, wo ich selber in den Wald muss. Borkenkäfer, Kontrollen, auch mit Brennholz fahren und sowas. Dazu habe ich eine Solar auf der Garage von dem Fahrzeug und mache damit ungefähr 70 Prozent von dem Stromverbrauch, den dieses Fahrzeug hat mich selber. Wie viele Forstwirte in Deutschland kämpft auch er mit dem Borkenkäfer. Also hier haben wir ein paar Käferbäume. Die armen Kerle hier hat es erwischt. Vier Stück. Der Rest sieht noch aus, als ob er okay wäre, aber muss möglicherweise vorsichtshalber auch gefehlt werden. Es gibt ein Überangebot von Fichte im Augenblick. Es ist zur Zeit so, dass der Fichtenpreis etwa runter ist auf der Hälfte vom Normalpreis. Industriehälzer sind zum Teil kaum verkäuflich. Und man hat also im Augenblick die Schwelle überschritten, wo man sagt, es ist ein Minusgeschäft, diese Fichte zu verkaufen. Aber damit muss ich erleben, es muss gemacht werden. Wenn ich das auffangen will, muss das über waldbauliche Maßnahmen gehen. Also sprich, andere Baumarten, Pflanzen, Sachen, die eben erst nach 30 Jahren oder mehr anfangen zum Tragen zu kommen. Also für meine Zeit jetzt ist es eher schwer. Aber also wenn es nach mir ginge, ich hätte lieber einen mehr extensiven Waldbau als naturnahen Wald. Also praktisch den Wald sich so entwickeln lässt, wie er das hier gerne von selber will. Das ist natürlich vor allen Dingen eine finanzielle Frage. In den 90er Jahren, da waren ein paar kräftige Stürme, die praktisch hier große Teile von dem Wald umgelegt haben. Es musste also neu gepflanzt werden, ein Großteil des Waldes. Es mussten Kredite aufgenommen werden, um das zu bewerkstelligen, an denen ich heute noch abbezahle und wahrscheinlich auch den Rest meiner Zeit abbezahlen werde. Ein Erbe, das Gero von Gemmingen trotzdem nicht in Frage stellt. Weil der Wald eigentlich seit 400 Jahren im Besitz der Familie ist. Ich sehe das mehr als ein Amt, als auf diesen Wald aufzupassen, sodass ich ihn an meine Nachkommen übergeben kann, so wie ich ihn erhalten habe. Er ist Produktionsmittel. Er ist gewissermaßen der Ast, auf dem das Einkommen unserer Familie sitzt. Ich sehe mich nicht dazu berechtigt, den Wald jetzt zum Beispiel veräußern zu können oder so. Mit Sohn Jonas und Enkelkind Karl August geht es heute in den Wald. Jonas von Gemmingen ist 37 und arbeitet schon lange Hand in Hand mit seinem Vater. Die jungen, heranwachsenden Bäume müssen freigeschnitten werden. Eine ständig wiederkehrende Arbeit. Weil die Unkraut einfach schneller wächst als die Bäume. Wir müssen Luft und Licht schärfen. Ja, sonst wird das Gestrüpp schnell höher als die Bäume und dann gehen die ein. Man muss die also, solange sie klein sind, frei halten. Früher hat man gespritzt, aber jetzt wird es mit Freischneider gemacht. Wie das Auto hat auch der Freischneider natürlich Elektroantrieb. Also es ist eine ganz andere Arbeitsqualität einfach. Es macht keinen Lärm. Und die Dinger sind inzwischen so gut, dass sie Benzingeräte zum großen Teil ersetzen können. Und man kann einfach so seinen Gedanken nachhängen. Man braucht keinen Gehörschutz. Es ist eine ganz andere. Ich würde nie wieder zurückgehen zu einem Benzingerät. Jonas ist gelernter Forstwirt, hat alle Zertifikate und wird seinem Vater auf dessen Weg folgen. Die 13. Generation der Familie von Gemmingen steht also schon bereit. Ich denke, er tut das mit frohem Herzen. Ich war immer gern, ich bin in Nazur aufgewachsen, in Dänemark und war immer gern im Wald. Und das passt mir eigentlich ganz gut, hier draußen zu seinem Wald. Und ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann eine Familie kriege, dann werde ich auch gern auf dem Land wohnen. Und ja, das hat alles gepasst. Unten auf der Burg scheint die Übergabe ebenfalls geklärt. Der nächste Burgherr ist zwar erst 17, aber hat seine Entscheidung schon getroffen. Also Paul hat das schon ganz früh gesagt, also ich glaube, es war schon im Kindergarten, hat er gesagt, er möchte das Gleiche machen, was sein Papi macht. Und dem ist er treu geblieben. Das ist mein fester Entschluss, ja. Also jetzt nicht direkt, wie gesagt, nicht direkt nach der Schule. Also ich will schon erst mal noch ein bisschen hier das Leben genießen. Aber dann kann ich mich ja auch im Studium auf hier bestimmte Dinge spezialisieren und dann kann ich das hier gut übernehmen. Und da habe ich eben das jetzt so, denke ich mal, hingekriegt, dass er sieht, dass für ihn da eine schöne Perspektive ist, dass er auch, selbst wenn die Ruine und das alles dabei ist, hier die ganze Burg und alles, dass man hier dann eben eine Perspektive hat, ein angenehmes Leben zu führen. Ja, also das ist ja mein Zuhause, das ist ein Teil von mir hier und das waren auch etliche Generationen von meinen Vorfahren hier. Und somit hat das natürlich auch einen großen Wert, also für mich auch nicht Geld aufzuwiegen. Marie von Gemmingen ist damit einverstanden, dass ihr Bruder die Verwaltung des Erbes übernehmen wird. Im Sinne der langen Familientradition soll es auch nicht weiter zersplittert werden. Marie sieht eine andere Zukunft für sich. Klar, ich werde irgendwie helfen im Weinverkauf zum Beispiel oder vielleicht später irgendwie etikettieren oder sowas. Aber ich sehe es eher so, dass er halt dann alles macht und ich dann meinen eigenen Weg gehe, eigenen Job und sowas suche und halt eher nicht so hier sein werde. Ja gut, wenn es bei dir mal nicht läuft, gell, hier kannst du immer was finden. Ja, also wir achten auch darauf, dass wir ihn jetzt in bestimmte Sachen mit einbinden. Wir haben Vertragsverhandlungen, da haben wir ihn jetzt auch schon mitgenommen, dass er da ein bisschen was Einblick bekommt und erklären immer wieder, auch zu den Vermietungen, dass er da teilweise jetzt auch schon mitgeht, wenn er Zeit hat. Ich wünsche bei meinem Sohn, dass er die Sachen zusammenhält. Dass er sich ein gutes Leben macht mit dem, was er hat, aber jetzt nicht die Substanz verkauft. Wenn man anfängt, aus der Substanz raus Sachen raus zu verkaufen und zu leben, dann wird man auch unzufrieden, denke ich mal. Und dann aus der Wirtschaftskraft, aus dem, was man hat, was Positives rauszuentwickeln, ist eine schöne Sache. Und wenn man dann privat bescheidenes Leben führt, ist man vollkommen zufrieden. Ja, dass sie Spaß an dem haben, was sie machen und dass sie sich nie nur wegen Geld in irgendwelche Zwänge einbinden lassen. Also weil Paul zum Beispiel hätte es nicht wirklich nötig, sich irgendwo da unglücklich machen zu müssen. Wenn er es geschickt macht, hat er Freiheiten und kann ein zufriedenes Leben führen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020